Haben wir schon was? Ein Michael Mason wird in vier Staaten per Haftbefehl wegen Trickbetrugs gesucht. Worauf haben wir? Holen wir ihn aus? Diese Sache sieht nicht gut für dich aus. Ich wusste nichts von der Bombe. Ich will einen Anschlag verhindern. Ich arbeite nicht für die CIA. Tja, heute schon. Du willst doch aus der Sache raus. Du gehst da rein und besorgst mir einen Hinweis. Das ist deine Chance. Irgendjemand benutzt die Stadt als Spielbrett. Es gibt einen Terrorkomplott innerhalb der Polizeikräfte. Wie stellst du dir das vor? Ganz allein, ohne Plan, ohne Unterstützung? Ich bin leichtsinnig und unverantwortlich.